Weltweit kümmern sich Menschen darum, dass es auf der Erde nicht zu warm wird. Auf Klimagipfeln treffen sich immer wieder Politiker und besprechen, was man gegen die Erderwärmung tun kann. Dabei fällt ständig das Wort Treibhauseffekt. Was ist das denn eigentlich? Wie ihr sicher wisst, ist die Erde rund. Und ganz gleich, wo auf der Erde wir uns befinden, weit über uns befindet sich eine Schicht aus verschiedenen Gasen. Stickstoff, Sauerstoff und Argon sind die drei Gase, die in der Atmosphäre am meisten vorkommen. Es gibt aber auch noch einige andere. Diese bilden zusammen eine Schicht, die wir nicht sehen können, die für uns jedoch überlebenswichtig ist. Ihr kennt bestimmt auch Gewächshäuser. Das sind diese Häuser, bei denen die Außenwände und das Dach aus Glas bestehen und in denen Pflanzen gezüchtet werden. Grund dafür ist, dass die Sonne solche Gewächshäuser zwar schnell aufheizt, die Wärme aber nicht so schnell wieder entweicht. Im Innern dieses Hauses bleibt es also warm und die Pflanzen wachsen unter besten Bedingungen. Wer so ein Gewächshaus hat, kann nicht nur länger Gemüse und Obst ernten, sondern auch Pflanzen züchten, die im Freien bei uns gar nicht überleben würden. Ziemlich genau nach diesem Prinzip verläuft auch der Treibhauseffekt. Die Sonnenstrahlen gelangen durch die Atmosphäre auf die Erde und heizen sie auf. Aber wie ihr wisst, passiert das nur tagsüber, denn nachts scheint die Sonne ja nicht. Trotzdem ist es nachts nur ein bisschen kühler als tagsüber. Das liegt daran, dass die Erde zwar die Wärme wieder an die Atmosphäre abgibt, dass diese jedoch einen Teil dieser Wärme wieder zurück zur Erde reflektiert. Die Atmosphäre lässt also nur einen Teil durch, der Rest prallt an ihr ab und der sorgt dafür, dass es auf der Erde schön warm bleibt. Um genau zu sein, liegt die Durchschnittstemperatur bei 15 Grad. Klar, im Sommer ist es bei uns wärmer und im Winter kälter. Aber in anderen Teilen der Erde ist das umgekehrt und so hebt sich das wieder auf. Für uns ist diese angenehme Temperatur überlebenswichtig. Wenn es nämlich zu kalt oder zu warm ist, kommt unser Körper damit nicht klar. Darum ziehen wir uns im Winter ja auch so dick an und im Sommer eben nicht. Die Atmosphäre hat also dieselbe Wirkung wie das Glas im Gewächshaus, das man übrigens auch Treibhaus nennt. Daher kommt der Name Treibhauseffekt. Könnte man auch Gewächshauseffekt oder Glashauseffekt nennen. Der Name ist aber nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass es ohne diesen Effekt auf der Erde im Durchschnitt nur minus 18 Grad hätte. Und das wäre für uns einfach zu kalt. Wenn nun aber der Treibhauseffekt so wichtig ist, warum quatschen denn dann immer alle von einem Problem? Man hat vor einiger Zeit festgestellt, dass sich die Durchschnittstemperaturen auf der Erde verändern. Das ist eigentlich ganz normal, aber die Veränderungen, die man festgestellt hat, sind nicht so normal. Daraufhin hat man versucht herauszufinden, woran das liegt, und hat dabei gemerkt, dass die Gase in der Atmosphäre ein bisschen durcheinandergebracht worden sind. Dort oben gibt es nämlich auch CO2. Das ist ein Gas, das wir auf der Erde unbedingt brauchen. Dieses Gas brauchen nämlich Pflanzen zum Überleben und die wiederum produzieren Sauerstoff, was wir zum Überleben brauchen. Das nennt man Photosynthese. Wir produzieren aber zu viel von diesem Gas. Die Pflanzen können das nicht alles verarbeiten. Es steigt also in die Atmosphäre auf und sorgt dort für ein kleines Chaos. Dieses Chaos sorgt dafür, dass mehr Wärme auf der Erde bleibt und damit wird es langsam immer wärmer hier bei uns. Klingt ja erstmal ganz super. Dann kann man irgendwann auch im Winter im T-Shirt draußen rumlaufen. Das dauert aber noch ziemlich lange, denn diese Erwärmung passiert nicht von jetzt auf gleich, sondern dauert viele hundert Jahre. Das Problem ist aber, dass wir es eben bei so viel Hitze hier gar nicht mehr aushalten würden und genau deshalb sprechen so viele Menschen immer mehr vom Klimawandel, dem Treibhauseffekt und der Erderwärmung. Das Tolle daran ist, dass jeder Einzelne ein bisschen etwas tun kann, um zu verhindern, dass es auf der Erde zu warm wird. Das Blöde ist, dass wir da manchmal einfach zu wenig Lust zu haben. Wer freut sich nicht darüber, wenn er mal mit dem Auto zur Schule gefahren wird, statt zu Fuß durch den Regen laufen zu müssen? Aber es sind meist genau solche Kleinigkeiten, die am Ende den größten Unterschied machen. Und dabei werden wir diesen Unterschied gar nicht mehr mitbekommen, denn diese ganze Erderwärmung passiert so langsam, dass wir den Unterschied kaum bemerken.